Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Terraria. Wir sind in dieser Folge zusammen mit Zombies. Zombie, 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 Zombie. Zusammen mit Clemy und Darny. Darny hat seinen extrem hässlichen Hellmann. Und da ist Clemy. Den kennt ihr vielleicht noch aus Portal 2 Coop. Mit dem habe ich da ein bisschen zusammengezockt. Und der zockt jetzt auf Terraria mit. Und gerade eben, das habt ihr leider nicht mitbekommen, weil wir uns alle schon mal auf dem Server einfinden wollten vor der Aufnahme, stand unten irgendwas mit Blood Moon is Rising und jetzt kommen ganz viele Monster. Wer hat die Tür offengelassen? Ich glaube, die Zombies können die Tür aufmachen. Die Zombies können die Tür aufmachen. Verdammt. Rausgehen und umbringen. Clemy, mach dir mal... Hey. Mach die Tür zu. Ja, viel Spaß. Lass dir auch nicht rein. Warte mal. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir machen jetzt die Tür auf. Wir stellen uns alle davor. Du nimmst deine Spitzhacke, Clemy, okay? Du hast noch nichts. Drei, zwei, eins, go. Creepiert. Stirbt auch. Wow. Wieder hier hin. Und? Oh Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist ja nicht hellig. Das gibt fett Kohle. Und? Ja, und fett den Linzen. Ja, und fett den Linzen. Das ist krank. Clemy, das war sehr intelligent. Oh, ich bin gestorben. Und ein weiterer Punkt für den Death Counter. Oh nein. Creepiert. Ja, das war eine reiche Ausbeute. Ach verdammt, da liegt dein Geld rum. Ich muss dein Geld nehmen. Oh mein Gott, mein Geld. Dein Geld. Ich hatte eh nichts. Ist jetzt meins. Mach mal dein Geld. Stirb. Ja, ja. Stirb. Das hole ich mir irgendwann nochmal wieder. Hm? Was machst du da unten mit der Spitzhacke? Hol dir mal ein Schwert. Warte mal. Ich crafte schnell ein Schwert. Okay. Haben wir noch so viel Kupfer? Man muss zu sagen, Clemy ist relativ neu in dem Spiel. Das heißt, er hat wahrscheinlich nicht so viel Ahnung, was man hier machen muss. Du kriegst einen Wooden Sword. Weil ich so nett bin. Da, Wooden Sword. Oh, danke. Du guckst zu mir auch noch einen Hammer, mit dem kannst du Sachen zerstören. Cool. Und... Ja, sonst brauchst du nichts. Habt ihr Linsen? Ich mach mir übrigens mal einen Eimer, den kann man sich irgendwann mal gebrauchen. Ich glaube, ich hab Linsen. Ich packe die mal in die Kiste. Hau mal die Linsen in die Truhe hier, bitte. Ja, mach mal... Geh mal weg von der Truhe, dass ich sie reinhauen kann. Danke. Ähm, Linsen, 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 Linsen. Ne, ich hab wohl doch keine Linsen. Verdammt. Sorry. Clemy, was machst du da? Dani war slain. Kommt Zombies ins Haus. Wieso kommen da Zombies ins Haus? Du hast die Tür offengelassen, Dani. Nein. Nein. Ein Auge verfolgt mich, ein Auge. Oh, ich bin gestorben, weil ein Auge mich verfolgt. Danke für das Geld. Eiskalt, wie du das Geld eins sammeln. Eiskalt. Das ist mein Geld. Oha. Wenn ich uns wann vorbeilaufe. Oh man, ey. Der Blood Moon. Wieso kommt der überhaupt? Wieso nicht? Ja, das Argument. Ey, Peller. Hilfe, mach die Tür auf. Danke. Danke. Farmen. Ganz viele Sachen farmen. Vor allem Geld. Wobei, so viel Geld bringt das nur nicht. Lass mal in die Mine gehen. Weil Clemy braucht auch Ausrüstung und so. Okay. Ne, ich hoffe, es wimmelt unten nicht auf voll von Zombies und solchen Sachen. Egal, die können wir ja umbringen. Auf, nach, runter. Lasst euch erstmal heilen bei der Krankenschwester hier. Guck mal, ich glaub, die können die Tür aufmachen. Egal, lass runter gehen. Ja, der könnte die Tür aufmachen. Egal, runter. Runter, 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 runter. Kommt, Leute. Mine. Dani, was machst du da? Healen. Wow. Gleich nochmal heilen. Das ist der Hexler. Jetzt der Hexler in der Monster. In den Augen. Ah, ja, die können die Tür aufmachen. Ja, heilt euch und dann gehen wir in die Mine. Hier oben ist definitiv zu unsicher. Ja, die ganzen Augen. Dann müssen wir die Mine gleich, glaub ich, erstmal zubauen. Egal, Mine. Dann haben wir vielleicht da unten ein Problem. Ist mir egal. Wenn da ganz viele Zombies reinfallen, ist das auch cool. Dann haben wir sie alle an einem Eingang. Total. Ja, ich muss mich auch nochmal schreien. Geht runter. Geht schon mal vor. Ich komme doch. Chipronimo. Äh, du bekommst Falldamage. Doch. Ich nicht. Ich bin gestorben. Also krieg ich keinen Fallschaden. Lol. Äh, weil du nicht komplett runtergejumpt bist. Doch, bin ich. Dann cheatest du. Ich cheate nicht. Doch. Nee, aber ohne witzig, ich bekomm kein Falldamage. Na cool, ich bin gestorben. Ja, es geht ein Item dafür, aber du hast das noch gar nicht. Fast zur Hölle. Ich krieg dann keinen Falldamage. Ich hab noch nie Falldamage bekommen in dem Spiel. Ja, du bist... Bist du von ganz oben gejumpt? Ja. Keine Ahnung. Tja, das liegt wohl daran, dass ich Proben. Ja, du bist einfach so gut. Ein Wurm. Wir haben den Wurm drin. Schleim. Schleim. Boah, wie ich hier gleich wieder, äh, Death-Counter hier pushen kann. So. Hier runter. Kommst du, Clemmy. Haben wir TNT? Ne, ne? Ja. Clemmy, hier. Boah, ich hatte gerade einen mega fetten Lag. Oh, oh. Lags sind nicht gut. Schleime. Schleim. Clemmy, du gehst vor, du bist unser, äh, Maskottchen. Ja, okay. Köder. So, Opfer. So, Opfer, ja, genau. Warte mal, hab ich Pilze dabei? Ich hab einen Pilz, den man sich jetzt. Pilz. Gelber Star, hey, gelber Schleim. Der auch nicht irgendwie mehr bringt wie andere Schleime. Ja, so. Wir müssen es mehr leben. Juh. Hier runter. Uah. Ein riesiger, fetter. Pestlicher Schleim. Und da kommt Kacke. Clemmy. Oh, bin schon wieder gestorben. Komm runter, also, die riesige fetter Schleim, wie er gekriegt hat. Ja, dann, dann, weil ich. Oh, mein Gott, oh mein Gott. Oh, dein Gott, oh, dein Gott, oh, dein Gott, oh. Äh, das war nicht schlau. Das war gar nicht schlau. Mach mal dein, äh. Ja, hier ist ne Auge. Wie so bin ich der einzige, der noch lebt? Hä, nicht mehr lange. Ach, ich lebe noch eine ganze Weile. Das könntest du den ganzen Tag da machen, ne? Leben, ich muss leben. Oh, ein Stern. Ein Stern, was? Ich hab hier, glaub ich, ein riesiges, äh, Wasserding ans gefunden. Wasserzufluss. Ist das gut oder schlecht? Ich würd's mir eher schlecht nennen. Ich bau mal hier so eine Stelle, wo das Wasser reinfließen kann. Kommt mal runter hier. Äh, ich bin gleich da. Wooo, Atmen. Hilf mir mal hier bauen, mit ner Spitzhacke. Hast du ne Spitzhacke? Ja, ne? Ja. Perfekt. Ganz glatt, um den kümmere ich mich. Wobei, ne, der scheint zu dumm zu sein zum... Ich mach erst mal Holz. Ah. Ist das irgendwie Pilze oder so? Ich bräuch mal Leben. Was macht ihr denn da unten? Ich brauch Luft. Wodeln. Oh, fuck. Was hast denn du da gemacht? Nicht aufm Atmen... Ah, äh, Atmen geguckt. Schlecht. Ja, das, äh, ist unklug. Hi, Donny. Hi. Aber irgendwann werd ich schafft. Los. Axt. Nicht da oben aus, Bruder. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Hau hier oben mit der Spitzhacke. Du hast auch nen Schmerz, oder? Ja, aber ich kann... Hab keinen Bock zu wechseln. Wir brauchen ein... Und ein deutlich Dynamit. Viel Spaß. Und... Was ist mit dem restlichen Wasser hier? Äh, pass auf. Du musst atmen. Au. Das war nicht glücklich. Ah, mach das weg. Mach das weg, mach das weg, mach das weg, mach das weg. Mach das weg, mach das weg, mach das weg. Ist der jetzt tot mittlerweile? Ja, offensichtlich. Ach, da ist die Höhle. Perfekt. Was für ne Höhle. Da, wo wir das Wasser reinlassen können. Dann mach das mal. Ja. Oi. Du hast die Vase zerstört. Los, Wasser, fließ raus. Jetzt kann ich deine Fackeln stellen. Was ist denn da oben? Da oben ist X. Boah, wir müssen mal ein paar Herzstalle hier finden, ey. Ach, die finden wir schon noch irgendwo. Wir müssen uns einfach nur nach unten buddeln. Was haltet ihr von deinem ganz tiefen Schacht, den wir mit TNT sprengen? Finde ich cool. Okay. Na, zum nächsten ist der hier nach unten buddeln. Hast du Holzplattform? Wow. Oh, Kupfer. Kann sich Cremi ein paar neue Sachen mitmachen. Wieso immer ich? Ich brauche übrigens mal HP, ich bin gleich tot. Ja, ich auch. Wow. Pinky, stopp. Du, du bist scheiße, Schleim. Pinky kommt gleich. Ja, macht das schon. Autsch. Okay, gleich bin ich wirklich tot. Nein, du machst das schon. Ah, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Will ihr mich verarschen? Stirb. Nochmal ein Tod für den Deathcounter. Ich glaube, wir wissen, wer das hier gewinnt. Quatsch. Ist noch alles offen. Ja. Oh, das ist wieder zart. Ich hab keinen Bock mehr auf die Höhle, macht die immer. Ich bin mal Holz sammeln und so. Ja, jetzt drückt er sich davor, wenn er seinen Deathcounter nicht pushen will. Zumindest nicht extra. So, hier, äh. Ich kaufe mir mal hier ein bisschen Dynamit beim Demolitionist. Oh, ich hab nicht genug Geld. Das ist bitter. Du hast schon mein ganzes Geld. Mehr geht auch nicht. Nee, wir sind unten krepiert. Ach so, ne? Verdammt. Wir müssen das Geld sammeln. Ach, das ist halt die Hälfte von meinem Geld. Ich bin grad wieder komplett runtergehüpft, ohne Falsche anzubekommen. Ist zur Hölle. Ab nach unten. Nach unten. In die tiefsten Tiefen der Tiefen. Ich komme auch. Ich nicht. Oh, das ist meine letzte Facke. Mein letzte Licht. Kannst du dir keine kreften? Ich glaub schon, dass ich mir eine kreften kann, aber ich hab keinen Bock gerade. Ah, hier ist das ganze Geld. Ja, wenn du holzhaust, dann geht's, weil du hast bestimmt Schleim. Lol. Hier springt gerade eben eine... Komm mal runter hier! Ja, ich... Genau, geh mal weiter runter. Wenn die ganze Zeit hier nicht... ...riesiger Schleim kommen würde... ...oder irgendein Viech, was durch die Wände fliegt... Oh, ich hab mir grad Schacke ein Geschenk. Sag, danke. Danke. Lol. Letzere. Stopp! Solltest vielleicht mal dein Schwert benutzen. Oh, jetzt hab ich's kaputt gemacht. Kaputt! Alles kaputt! Skeleton! Stopp! Du hast keine Chance gegen den allmeistigen Meister des Meisterns. Komisch, kaum bin ich weg, stirbt keiner mehr. Das liegt daran, dass du die Monster magisch angezogen hast. Hier sind nämlich so gut wie keine mehr. Ey, wie kann ich ne Fakkel platzieren? Wir sind hier oben umso mehr. Rechtsklick, glaub ich, ne? Oder ist das linksklick? Ne. Ja, stimmt. Das ist der Unterschied zu Minecraft. Oh. Fuck. Fuck. Lol, da sind zwei fette, hässliche Kleine. Ja, ich geh da aber jetzt nicht hoch. Ja, ich auch nicht. Ähm, ich mach mir mal noch so ein paar Plattformen. Klick, 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 klick. Ganz viel klickern. Hooray. Und weiter geht's mit dieser Ecke. Lass in diese Höhle hier reingehen. Okay. Du hast dann übrigens ganz viel Eisen und Kupfer. Ich muss da mal schauen, ob ich da irgendwas herstellen kann. Ich hab jetzt übrigens sogar eine Gold-Coin, wow. Den ganzen Kupfer baue ich auch mal fix ab. Ja, ich hab glaube ich gerade eben Ton oder sowas gefunden. Ton? Ja, so eine Vase oder sowas. Ja, das ist ja cool. Inner-Vase drin? Ja, hier steht auch. Keine Ahnung, was da drin war. Ton? Was ist denn Ton? Das ist kein Weißder, wo was Ton ist, oder? Ja, aber wie heißen das? Also vielleicht kann ich hier sagen, was das ist. Ich glaube, das war Rubino oder so. Danny was Slayin, ich glaube, du hast Pech heute. Ja, das war doch ein bisschen zu tief. Zu tief? Ja, bin irgendwo runter gejumpt. Held. Ja. Clemy, komm mal in die andere Richtung. Wobei, ne, da unten geht die Höhle ja weiter. Perfekt, wir müssen die dann irgendwann mal so bauen, dass keine Monster transpauen. Geht das irgendwie? Oder können Monster überall spawnen in dem Spiel hier? Soweit ich weiß, bauen die überall und immer. Verdammt. Wow. Wir decken hier den Eingang zu einem Höhlenkomplex auf. Hier ist in der Truhe noch ein Silberschwert. Wer kommt von hinten? Wer kommt von hinten? Der Gaylord. Skelett. Gebot. Gebot. Ey, Clemy, brauchst du noch ein Schwert? Ja. Du hast doch schon ein Holzschwert. Hier liegt ein Eisenschwert in der Truhe. Okay. Ist ein bisschen besser. Also wenn du beim nächsten Mal stirbst.